Einfach, schnell und sicher. Die neuen Kreditkarten und Girocards der Volksbanken Raiffeisenbanken mit Kontaktlos-Funktion. Ab sofort können Sie noch einfacher und schneller zahlen. Und zwar kontaktlos. Dazu halten Sie Ihre Kreditkarte oder Girocard an das Bezahlterminal fertig. Kein Stecken oder Durchziehen mehr. Wie geht das so schnell? Sehen wir uns das nochmal in Ruhe an. Ist auf Ihrer Kreditkarte oder Girocard das Kontaktlos-Symbol und auf dem Bezahlterminal das Kontaktlos-Akzeptanz-Symbol abgebildet, halten Sie Ihre Karte nah an das Bezahlterminal, bis Sie die Zahlungsbestätigung sehen und hören. Beträge bis 25 Euro zahlen Sie so in wenigen Sekunden. Auch Beträge über 25 Euro können Sie selbstverständlich kontaktlos hier wird zu Ihrer Sicherheit die persönliche Geheimzahl Ihrer Kreditkarte oder Girocard abgefragt. Ihre PIN finden Sie im PIN-Brief, den Sie wie gewohnt zu Ihrer Kreditkarte oder Girocard erhalten haben. Oder kontaktieren Sie Ihren persönlichen Berater bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank. Möchten Sie Ihre PIN ändern? Mit der Funktion PIN verwalten an unseren Geldautomaten bestimmen Sie selbst Ihre persönliche Wunschpin. Wie Sie sehen, ist kontaktloses Zahlen einfach, schnell und sicher. Achten Sie auf das Kontaktlos-Symbol auf den neuen Kreditkarten und Girocards der Volksbanken Raiffeisenbanken. Gerne informieren wir Sie persönlich über die Vorteile des kontaktlosen Zahlens. Besuchen Sie uns in einer Filiale in Ihrer Nähe und lassen Sie sich genossenschaftlich beraten.